Drei Jahre Kapitel Mannheim. Ein Team, ein Riesenerfolg. Nach einem gelungenen Start im Jahr 2018 sind wir über unsere Pläne hinausgewachsen. Wir haben viele Menschen begeistern können und tun das weiter jeden Tag. Der nächste Meilenstein ist der schrittweise Ausbau des Standorts und auch im Jahr 2022 werden wir erneut Zuwachs bekommen, um mit noch mehr Passion und Leidenschaft und einem noch stärkeren Team für Sie da sein zu können. Die Rhein-Neckar-Region ist eine klare Wachstumsregion und ja, wir freuen uns auch Sie bald kennenzulernen. Vielen Dank!